Hallo und willkommen bei WatchMarx's Podcast. Mein Name ist Axel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, wenn ich über Themen spreche, für die ich nicht unbedingt Bilder brauche. Ich habe mir heute insgesamt drei Themen rausgesucht. Zweimal geht es um Tools, um Werkzeuge, um Zubehör beim Uhren sammeln und einmal um eine relativ aktuelle Geschichte, nämlich ein Jubiläum, welches Larko im Jahre 2025 feiern wird. Warum das aktuell ist, werdet ihr am Ende dieses Podcasts hören. Die beiden Tools, die ich mir rausgesucht habe, sind einmal der Uhrenbeweger und die Zeitwaage. Ich gebe zu, das sind nicht die ganz alltäglichen Tools wie ein Federstegbesteck oder eine Lupe oder eine Unterlage oder eine Transportkiste. Aber es sind zwei Tools, mit denen ich mich viel auseinandergesetzt habe, die ich auch ausprobiert habe. Bei beiden hat sich aber meine persönliche Meinung über diese Tools geändert und ich habe festgestellt, dass ich persönlich nicht alles haben muss, was ich zwar toll und interessant finde, aber manches ist davon einfach nichts für mich. Ich bin gespannt, wie ihr das Thema seht, nachdem ich euch meine Sichtweise erzählt habe. Schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare rein, denn sowohl Uhrenbeweger als auch Zeitwaage sind ja Themen, die durchaus kontrovers diskutiert werden. Ich fange mal mit der Zeitwaage an. Die Zeitwaage wiegt nicht die Zeit, sondern sie misst die Zeit und sie vergleicht Werte. Deswegen gibt es auch die Bezeichnung Chronokomparator, auch wenn die deutlich seltener benutzt wird als Zeitwerke. Ja, die Zeitwaage, was macht sie denn genau? Die Zeitwaage misst die Werte des Ganges eines Uhrwerks und stellt sie entweder als Ziffern, als Tabelle oder als Grafik dar. Die Schläge des Uhrwerkes, also das zu hörende Tick-Tack-Tick-Tack, wird mit einem Mikrofon oder aber seltener auch über die Vibration aufgenommen und dann vergleicht eine Software diese Werte mit einer bekannten Referenzfrequenz, um gegebenenfalls Abweichungen beziehungsweise Anomalien feststellen zu können. Welche Werte werden üblicherweise von einer Zeitwaage erfasst? Nun ganz offensichtlich die Zeitabweichung pro Tag. Wie viele Sekunden geht die Uhr zu schnell oder zu langsam? Dann wird in der Regel auch die Amplitude der Unruhe gemessen. Das heißt, wie weit ist der Schwingungswinkel der Unruhe? Um wie viel Grad dreht sich die Unruhe? Ein kompletter Kreis wäre ja 360 Grad, aber das geht nicht, dann würde die Unruhe ja irgendwo anschlagen. Die Amplituden einer Unruhe liegen meistens um die 270, 80 Grad, bei einigen Uhren auch deutlich über 300. Das ist aber auch werksabhängig und manche Werke können eine kleinere oder eine größere Amplitude besser oder schlechter verkraften. Ich komme dazu noch, ich bin nicht der Techniker und das ist einer der Kernpunkte, weswegen ich mit einer Zeitwaage nicht so viel anfangen kann, aber dazu komme ich noch im Detail. Dann gibt es noch den Abfallfehler, den die meisten Zeitwagen anzeigen. Und zwar ist es so, dass die Unruhe bei jeder Halbschwingung ja in eine Richtung schwingt und dann zurück in die andere. Und wenn dieses Links-Rechts-Schwingen, also das Tick-Tack, unsymmetrisch ist, beziehungsweise der Ausschlag zu der einen oder anderen Seite nicht gleich weit geht, dann hinkt die Uhr in Anführungsstrichen gewissermaßen. Und auch das kann eine Zeitwaage in aller Regel feststellen. Darüber hinaus, gerade wenn sie die Messungen grafisch darstellt, kann man feststellen, wenn es im Uhrwerk einzelne Stellen gibt, wo etwas nicht in Ordnung ist, sei es, dass ein Zahn eines Zahnrades vielleicht verschlissen ist oder etwas anderes passiert, dann sieht man einzelne punktuelle Ausschläge auf der Skala. Alles das kann eine Zeitwaage auf dem Monitor als Ausdruck oder auch als Werte darstellen. Jetzt muss man unterscheiden, was die Zeitwaage genau darstellt. Denn jedes Uhrwerk ist unterschiedlich. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Chronografen oder einen Dreizeiger auflege. Es macht einen Unterschied, ob ich ein schnell schwingendes oder langsam schwingendes Werk habe. Alles das kann die Zeitwaage nur in bestimmten Grenzen automatisch erkennen. Das heißt, wenn ich die Zeitwaage nicht exakt auf das von mir gerade gemessene Werk einstelle, dann zeigt die Zeitwaage Werte an, die auch richtig sind, aber nur richtig im Rahmen dessen, was ich eingestellt habe. Das heißt, wenn ich die Zeitwaage nicht genau auf das Werk einstelle, welches ich gerade messe, zeigt mir die Zeitwaage relative Werte an. Das heißt, wenn ich das Werk öfter messe, dann sehe ich selbstverständlich bestimmte Veränderungen über die Zeit. Ich sehe, dass die Zeitwaage mir anzeigt, als Beispiel plus 6 Sekunden, dann werden es plus 4, 0, minus 6 und dann kann ich daran sehen, dass sich das Werk bzw. der Gang des Werkes verändert hat. Ähnliches gilt für die Amplitude, ähnliches gilt auch für den Abfallfehler. Die Amplitude und den Abfallfehler kann ich natürlich ohne Zeitwaage nicht messen, aber ich kann ohne Zeitwaage durchaus die Ganggenauigkeit des Uhrwerkes messen, ob sie jetzt permanent konstant mit plus 6 Sekunden läuft oder aber ob sich dieser Wert über die Zeit verändert. Das heißt, um die relativen Werte, die vergleichenden Werte zu messen, brauche ich persönlich nicht unbedingt eine Zeitwaage. Wenn ich die absoluten Werte einer Zeitwaage haben möchte, das heißt, die wirklich für das Uhrwerk spezifischen Werte, muss ich bei vielen Zeitwagen einstellen, wie schnell das Werk schwingt und ich muss auch den Uhrwerk spezifischen Hebewinkel eingeben. Das sind jetzt alles sehr technische Bezeichnungen und das deutet auch schon an, in welche Richtung Zeitwaage geht. Zeitwaage ist ein technisches Instrument für Leute, die sich auch auf einer technischen Ebene mit der Uhr auseinandersetzen. Dabei geht es darum, gegebenenfalls eine genaue Messung des Uhrwerks vorzunehmen, wenn ich eine Uhr revidiert habe oder wenn es darum geht, ganz schnell zu sehen, was ist gegebenenfalls nicht in Ordnung und was muss gegebenenfalls repariert werden. Braucht die Uhr eine Revision oder vielleicht nur eine neue Justierung der Ganggenauigkeit. Da ich aber alles das nicht kann, da ich eine Uhr weder revidieren kann, noch wirklich sicher sagen kann, welche Auswirkungen ein Abfallfehler von X hat, beziehungsweise welcher Abfallfehler für welches Werk noch gegebenenfalls tolerabel ist. Denn auch nicht jedes Werk hat wirklich die gleichen Toleranzwerte im Bereich des Abfallfehlers. Natürlich gibt es Werte, die sind so jenseits von Gut und Böse, dass man weiß, hier stimmt was nicht. Aber wenn es in die Grenzbereiche geht, dann wird es schon sehr schwierig und dann muss man wirklich Uhrwerks spezifisch gucken. Und das ist jetzt auch genau mein Fazit für die Zeitwaage. Für meine Bedürfnisse, für meinen Anspruch zu sehen, hat sich die Uhr relativ verändert, hat sich das Uhrwerk, die Werksgenauigkeit relativ verändert, reicht mir persönlich eine Gangkontrolle gegen eine Funkuhr. Dafür brauche ich die ganzen technischen Daten nicht, zumal ich bei den meisten meiner Uhren auch zum Beispiel den Hebewinkel gar nicht kenne und die Zeitwaage auch gar nicht exakt einstellen könnte. Ich hatte mal eine Zeitwaage, es war eine relativ günstige, die hat glaube ich 100 oder 150 Euro gekostet. Man konnte die Uhr in unterschiedlichen Lagen messen, also Ziffernblatt oben, Ziffernblatt unten, Krone oben, Krone unten, so wie das eigentlich sein muss, damit man auch unterschiedliche Lagen und Lagerabweichungen messen kann. Da das Ganze aber relativ viel Platz braucht, ich muss das Gerät da stehen haben, ich muss es mit Strom versorgen, ich muss das Mikrofon irgendwo stehen haben. Ich habe es in den Schrank gepackt und nie wieder ausgepackt. Ich habe meine Zeitwaage dann verkauft, für mich ist es nichts. Wer aber an Uhren schraubt, Uhren revidiert und auch genau weiß, was die technischen Daten bedeuten, für den mag in der Tat eine Zeitwaage ein absolut nützliches und unverzichtbares Tool sein. Ich behaupte aber mal, dass für die Mehrheit der Sammler die einfache Kontrolle der Ganggenauigkeit verglichen gegen eine Funkuhr absolut ausreicht, um entscheiden zu können, diese Uhr muss sich jetzt einfach mal angucken oder aber ich habe gegebenenfalls noch ein klein wenig Zeit. Ja, das war soweit mein Fazit zur Zeitwaage. Tolles Teil, technisch super faszinierend für mich und meine limitierten Fähigkeiten, aber schlicht und ergreifend ein Overkill. Das zweite Thema, was ich in diesem Podcast gerne ansprechen möchte, ist der Uhrenbeweger. Ein ziemlich oft diskutiertes Thema. Braucht man es, braucht man es nicht, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Man hört immer wieder, Uhrenbeweger ist doch super, absolut bequem. Ich packe meine Uhr drauf, nehme sie runter und muss sie gar nicht stellen. Sie läuft einfach und die andere Gruppe sagt, nee, mache ich nicht, weil warum soll die Uhr denn da laufen, wenn ich sie nicht trage? Was sich nicht bewegt, verschleißt auch nicht. Warum soll ich die Uhr also verschleißen lassen, ohne dass ich sie brauche und nutze? Das sind so die beiden Extreme, die ich zumindest in Foren und Diskussionen oft wahrgenommen habe. Vorab nur eines, ich werde in diesem Podcast keine Kaufberatung machen. Ich werde keine Kaufempfehlung oder kein Abraten zu einzelnen Tools machen, sondern ausschließlich meine persönliche Meinung geben. Bei den Arten der Uhrenbeweger gibt es unglaublich viele Varianten, die den Kauf oder eben auch den Nichtkauf beeinflussen können. Es gibt Uhrenbeweger für eine Uhr, es gibt Uhrenbeweger für sechs, zwölf. Ich glaube, das Größte, was ich jemals gesehen habe, waren 18 Uhren. Es gibt Uhren, die sich ausschließlich auf die Funktion der Bewegung beziehen. Es gibt aber auch Uhrenbeweger, die sehr edel gemacht sind und als eigenständiges Dekorationsobjekt in einem Herrenzimmer bestimmt super toll aussehen. Und vor zwei Jahren, drei Jahren auf der Watchtime in Düsseldorf habe ich auch Uhrenbeweger gesehen, die im Prinzip die Form eines Couchtisches hatten, sich in diesem Tisch versenkten und im Prinzip als versteckter Uhrensafe safe fungierten. Also da gibt es unglaublich viel, was über die pure Funktion, die Uhr am Laufen zu halten, hinausgeht. Uhrenbeweger können mit Strom oder mit Akku betrieben werden, was natürlich auch dann den entsprechenden Aufstellort beeinflusst. Und es gibt auch sehr einfache Uhrenbeweger, die einfach links drehen, rechts drehen, links drehen, rechts drehen. Und dann gibt es wiederum Uhrenbeweger, die sich programmieren lassen. Denn es gibt ja auch Uhrwerke, die sich nur links rum oder nur rechts rum aufziehen lassen. Dementsprechend lässt sich die Uhr programmieren. Sie lässt sich auch im Rhythmus, in der Geschwindigkeit programmieren. Sie lässt sich in Intervallen programmieren, damit die Uhr nicht permanent läuft. Alles das muss man sich anschauen, wenn man sich für einen Uhrenbeweger grundsätzlich entscheidet. Materialien spielen eine Rolle und nicht zuletzt, je nachdem, wo man den Uhrenbeweger aufstellt, natürlich auch die Lautstärke nicht zu unterschätzen. Bei den Einsatzzwecken sehe ich im Prinzip vier große Blöcke. Einmal, und das ist aus meiner Sicht eigentlich der Haupteinsatzbereich für Uhrenbeweger, das sind Uhrmacher. Uhrmacher, die Uhren revidiert haben und dann eine Funktionskontrolle über mehrere Tage haben möchten. Und dort werden die Uhren auf Uhrenbeweger aufgesetzt, damit die Uhr entsprechend in unterschiedlichen Positionen über einen längeren Zeitraum läuft, um zu schauen, war die Revision erfolgreich, muss gegebenenfalls die Ganggenauigkeit noch einmal kontrolliert werden. Und das können unabhängige Uhrmacher sein. Es könnten aber auch die Uhrmacher sein, die bei Herstellern Uhren zusammensetzen, Uhrwerke einbauen, Uhrwerke einschalen, um dann, bevor die Uhr ausgeliefert wird, gegebenenfalls noch einmal eine Endkontrolle zu machen. Hier würde sich ein Uhrenbeweger mit Sicherheit als sehr, sehr praktikabel erweisen. Der zweite Punkt ist für mich auch ein sehr valider Punkt. Das ist der Punkt Dekoration. Wenn ich schöne Uhren habe und einen Uhrenbeweger habe mit einer entsprechend edlen Optik, vielleicht einer Glasscheibe und setze das in mein Zimmer, sieht das einfach klasse aus. Völlig losgelöst von der Funktion, aber eine sich bewegende, drehende Uhr, die ich aus allen Blickwinkeln betrachten kann. Und das Ganze in edler Optik macht was her. Ich gestehe das gerne zu. Ich selber habe das nicht. Ich habe kein Herrenzimmer, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das wirklich echt klasse aussieht. Der dritte Punkt, der dritte Einsatzzweck ist die oft zitierte Bequemlichkeit. Ich will meine Uhr nicht jeden Morgen aufziehen. Ich wechsle häufig und will mir nicht immer das Datum neu einstellen müssen. Deshalb nutze ich einen Uhrenbeweger, packe die Uhr drauf. Wenn ich sie runternehme, läuft sie dann. Und der vierte Punkt ist die, ich habe es mal bei mir mit Anführungszeichen als echte Hilfe notiert. Das ist der Fall, wenn ich so komplexe Komplikationen habe, dass es wirklich aufwendig wäre, die Uhr, wenn sie denn stehen geblieben ist, zu stellen. Dabei spreche ich dann von einem Vierjahreskalender, einem ewigen Kalender, vielleicht sogar schon bei der Mondphase. Das sind alles Sachen, die doch etwas aufwendiger sind zu stellen, insbesondere wenn ich die Uhr häufiger wechsle und nicht sehr lange trage. Ja, das waren jetzt die vier Einsatzbereiche und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Berechtigung wirklich valide ist beim Uhrmacher, beim Deko und auch bei der echten Hilfe. Bei der Bequemlichkeit, und das ist der einzige Punkt, der für mich persönlich in Betracht käme, denn ich bin weder ein Uhrmacher, noch habe ich ein Herrenzimmer, noch habe ich Uhren mit so hoch komplizierten Werken, dass ein Uhrenbeweger notwendig wäre, so käme für mich nur die Bequemlichkeit. Und das war auch mein Gedanke, als ich mir mal einen Uhrenbeweger gekauft habe, habe dann aber festgestellt, dass dieses Argument für mich persönlich überhaupt nicht zieht. Meine Uhren haben oft Abweichungen von drei, vier, fünf, manche auch acht Sekunden am Tag. Wenn ich dann eine Uhr einmal zehn Tage nicht getragen habe und sie auf dem Uhrenbeweger ihre Runden gedreht hat, das Datum vielleicht noch stimmt, die Uhr noch läuft, geht sie trotzdem um anderthalb Minuten falsch. Das heißt, ich nehme sie runter und stelle sie, damit ich eine möglichst genau gehende Uhr am Arm habe. Und wenn ich sie sowieso stellen muss, dann kann ich auch ein einfaches Datum mit einstellen. Dafür, das ist ausschließlich mein persönlicher Einsatzzweck, dafür brauche ich keinen Uhrenbeweger. Und das ist auch der Grund, weswegen ich jetzt keinen Uhrenbeweger mehr habe und höchstwahrscheinlich auch keinen mehr bekomme. Es sei denn, es treten extrem glückliche Lebensumstände ein und ich bekomme ein Herrenzimmer mit gediegenen Möbeln, Kaminen und Platz für einen sehr edlen Uhrenbeweger, in dem ich meine schönsten Stücke ausstellen kann. Aber dann hat das mehr einen Ausstellungscharakter als wirklich einen technischen Hintergrund. Ja, mich würde sehr interessieren, wie ihr das seht, ob ihr Ihren Uhrenbeweger habt, ob ihr ihn nutzt und wenn ja, wie ihr ihn nutzt. Kommen wir zum dritten Teil meines heutigen Podcasts und das ist LACO. Es ist ein ganz aktuelles Thema. Es war auch letztes Jahr schon ein aktuelles Thema und das Thema ist LACO hat Jubiläum beziehungsweise LACO wird Jubiläum haben und zwar im Jahre 2025 wird LACO 100 Jahre alt. Und wie ich finde, hat LACO das echt super clever gemacht. Sie bereiten sich jetzt fünf Jahre lang auf ihr Jubiläum vor. Fünf Jahre lang wird es gegen Ende jeden Jahres eine limitierte Sonderedition geben. Letztes Jahr im Jahr 2020 war es die limitierte Sonderedition Edition 95. Für LACO ist jetzt 95 Jahre alt zum Preis von 1290 Euro. Dieses Jahr gibt es die Edition 96. Das ist eine geschwärzte Version aus dem Bereich Sportuhren, der Skorpionuhren ebenfalls für 1290 Euro. Hier gibt es sogar übrigens bei früher Bestellung im Dezember noch für 99 Euro ein Leatherman quasi als Goodie dazu. Und nächstes Jahr, Ende 2022, kommt dann die Edition 97. Limitiert auf 97 Stück. 23 gibt es die Edition 98, limitiert auf 98 Stück. Und im Jahre 2024, Edition 99, limitiert auf 99 Stück. Und im Jahre 2025 wird LACO dann 100. Also ein ganz, ganz langer Anlauf. Und jedes Jahr wird dieses Jubiläum mit einer stark limitierten Sonderedition wieder ins Bewusstsein gebracht. Finde ich total clever gemacht. Und im Jahre des Jubiläums gibt es von LACO dann eine Sammelbox, wo alle fünf Sondereditionen noch einmal drin sind. Ich habe keine Ahnung, was die kosten. Ich weiß auch nicht, ob diese Sammelbox in den bisherigen Limitierungen drin sind oder ob die on top kommt. Und ob es im Jahre 2025 neben dieser Sammelbox noch irgendetwas Besonderes, Zusätzliches gibt, das weiß ich alles nicht. Aber ich finde die Idee einfach unglaublich klasse und clever gemacht, ein solches Jubiläum mit fünf Jahren Anlauf vorzubereiten. Und jedes Jahr wieder ein kleines bisschen nachzulegen. Finde ich super. Finde ich total clever gemacht. Und abgesehen davon sind die beiden bisher vorgestellten Uhren nach meinem Geschmack auch sehr gelungen, sehr schön. Ich habe mir selber die Edition 96, also die schwarze Skorpion mit dem Leatherman bestellt. Kommt im Januar, wird natürlich bei mir vorgestellt, sowohl als Review als auch als One Week. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten drei Jahre noch kommt. Und ja, würde mich auch interessieren, wie ihr darüber denkt, ob ihr findet, dass das ein bisschen zu viel des Ganzen ist. Oder ob ihr es auch für einen cleveren Marketing-Schachzug haltet. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine echt tolle Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ihr bleibt gesund und erfreut euch an euren Uhren. Freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, euer Axel.